Ein Hengst ist ein männliches Tier der Familie Einhufer und Kamele. Das weibliche Pader zum Hengst ist die Stute. Ein Hengst ist ein männliches, unkastriertes Pferd, während ein kastrierter Hengst Wallach genannt wird. Pferdehengst Hengste, die nicht zur Zucht eingesetzt werden, werden meist kastriert, um sie umgänglicher zu machen. Ein in der Zucht tätiger Hengst wird der Kengst genannt. Da das Zusammenbringen eines Hengsts und einer Stute zum Zweck der Begattung als Decken bezeichnet wird. Zur Zucht eingesetzt werden dürfen in Deutschland nur in das sogenannte Hengstregister der jeweiligen Rasse eingetragene Hengste. Voraussetzung dafür ist bei vielen Rassen die Teilnahme an einer Körung. In der Vollblutzucht gibt es hierzu entsprechend ein offizielles Anerkennungsverfahren. Hengste, die zur Zucht geeignet, gekürt und ausgewählt sind, werden als Beschäler bezeichnet. Landbeschäler sind Deckhengste, die in einem Landgestüt aufgestellt sind und sich meist im Staatsbesitz befinden. Dies trifft auf etwa die Hälfte aller Warmblut- und Kaltblutzuchthengste in Deutschland zu. Die übrigen Hengste befinden sich im Besitz privater Deckstationen. Diese werden als Privatbeschäler bezeichnet. Hauptbeschäler sind Deckhengste, die in einem Hauptgestüt aufgestellt sind. In Österreich werden Hauptbeschäler auch als Perpignahengste bezeichnet. Deckhengste, die durch überdurchschnittliche Vererbungskraft, die sogenannte Präpotenz, eine eigene Linie begründen, werden als Stempelhengste bezeichnet. Der berühmteste Stempelhengst dürfte wohl Eclipse als wichtigster Stammvater des englischen Vollbluts sein. In jüngerer Vergangenheit wären in der internationalen Zucht dieser Rasse vor allem Sankt Simon, Nierko und Nor Andenza zu nennen. In der Warmblut-Pferdezucht gilt Z. B. Der Trakener Tempelhüter als ein Stempelhengst.